Hallo, ich bin Erik von Garten Eden und heute geht es um dieses kleine Gerät und wir euch damit einen Haufen Ärger mit dem Nachbarn ersparen können. Jeder kennt es. Gefährliche Alu-Schläuche, die aus den Fenstern in den Großstädten hängen, verschmutzen das Stadtbild und sind eine Gefahr für jeden Passant. Oft hat man natürlich auch noch Ärger mit dem Nachbar. Wie man das vermeiden kann, das zeige ich euch jetzt. Und zwar haben wir für euch diese praktische Fensterklemme, nennen wir die. Die findet ihr auch bei uns im Online-Shop, die gibt es in verschiedenen Größen, ist aus weißem Kunststoff. Das Schöne ist, man kann dann hier seinen Schlauch dran befestigen und das Ganze haben wir auch mal hier für euch vorbereitet. So wie ihr hier sehen könnt, der Schlauch ist dann nicht mehr zu sehen außerhalb des Fensters. Er ist dann super eingeklemmt mit der Fensterklemme und somit auch kein Stress mehr mit dem Nachbar. Wie das Ganze von außen aussieht, zeigen wir euch auch jetzt. So, hier zu sehen, jetzt wunderschön von außen die Fensterklemme. Die sich wunderschön hier in der Fassade integriert, da sie auch weiß ist. Man kann die Fensterklemmen natürlich schön anmalen. Somit kommt kein Schlauch mehr aus dem Fenster. Verschmutzt sich das Stadtbild, ist nicht gefährlich für Fassanden. Und könnt ihr jetzt gegen die Montagslaune, ab 100 Euro, zieht ihr das Ganze kostenlos bei uns offline wie online auf eurer Bestellung dazu. Ihr könnt uns gerne eure Grüße angeben. Und in diesem Sinne, alle wir geführen zum Grow und beste Leben gehabt wie jeden.